Hallo allerseits. So, neuer Lifehack. Wie schädlich eine Banane? Ich denke, das ist sehr blöd. Aber das ist eine nicht so einfache Sache, wenn man so Bananen kauft, wie ich die kaufe. Ich mag hier diese kleinen. Schöner Snack. Und die sind schon wabbelig. Ich weiß nicht, warum die wabbelig sind. Guck mal hier. Achtung. Wie schälst du die hier? Den krummen August hier. Ganz einfach. So. Guten Appetit.